Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Adventstürchen hier im Minecraft-Adventskalender. Wieder die üblichen Berechtigen und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt los, oder? Pego-Weihnachtsmann. Richtig! Auf zum zweiten Advent! Haben wir schon den zweiten Advent? Ich dachte gar nicht, wow! Boah, ich werde schneller geportet als ich... Okay, ich bin in einer Stadt. So, bleibt mal stehen, bleibt mal auf einem Haufen, so. Okay. Also, ich erkläre jetzt mal kurz die Aufgabe. Und zwar seht ihr ja hier dieses Dorf. Ziemlich sexy auch umrandet, muss man ja zugeben. Und die Aufgabe ist es einfach, versucht aus diesem Dorf rauszukommen. Versucht das Ziel zu erreichen, wenn ihr das geschafft habt. Dürft ihr aufbauen und so weiter? Wieso sehe ich niemanden außer mir? Also generell dürft ihr nichts machen. Wir dürft nichts machen außer eben... Bauen heißt, ihr müsst einfach nur sozusagen erkunden. Aber ihr könnt generell gar nichts abbauen. Aber wir können Türen oder sowas aufmachen. Ja, das können wir. Ja, Türen und sowas dürfen wir aufmachen. Ja, klar. Okay, gut. Sehr nice. Cool, dann... Also, ihr werdet am Ende, werdet ihr auf eine Plattform teleportiert und werdet in Game-Mod versetzt. Die, die das als erstes schaffen, die kriegen halt vier Punkte. Die, die das als zweites schaffen, kriegen insgesamt zwei Punkte und die letzten halt null. Und wir müssen vielleicht niemanden drin sein oder... Und wir gehen einfach nur einzeln, ne? Weil sonst, wenn wir irgendwas sagen, wenn wir was gefunden haben, dann hören das gleich alle. Das ist ja auch ein bisschen bescheuert. Es ist nichts, also es ist jetzt nichts, was euch großartig verraten würde. Ja, und müssen jetzt beide da sein, dass man die Punkte kriegt oder muss... Nein, also es müssen beide generell von dem Team angekommen sein, damit die Punkte erst zählen als erstes Team. Okay, dann gehen wir in die Channels wieder, oder? Ja, natürlich. Ja, okay. Alles klar. Gut, dann einmal... Ich muss mal schnell reconnecten. Okay. Du das. So. So, ah, jetzt sehe ich euch auch. Wunderbar. Okay, alles klar. Dann, ich muss kurz dazu sagen, ich glaube, ich weiß schon, wo es ist, als wir gerade hier schon ganz kurz waren. Egal, wir fangen an, oder? Ja, auf los geht's los. Ja, ich würde sagen, du schreibst den Countdown einfach wieder rein, hier. Ja. Drei, zwei, eins und los. Okay. Wollen wir es auch teilen, oder? Ähm, keine Ahnung. Wenn du eine Ahnung hast, wo wir hin müssen. Ja, ich glaube, es ist im Brunnen unten drin. Weil da, ja, da geht's irgendwie runter. Guck mal hier, ähm, ja. Wow! What the fuck? Weil, da müssen wir doch mega die Challenge machen, oder was? Wieso? Ist es, fängt es da richtig an? Ist es richtig, wenn man da runter geht, oder was? Ja, ja, ja. Aber da musst du noch irgendwie so eine Art Dropper Challenge machen. Da muss man, du musst dann noch in richtiger Reihenfolge, wenn du hier reingehst, dann musst du... Wow! Alter, das ist schwer. Okay, es scheint aber auf jeden Fall richtig zu sein. Glaube ich auch. Alter. Alter, das kenne ich voll von Dinger. Das ist voll Falling, ne? Das ist relativ... Wow! Fuck! Aber es ist nicht unmachbar, es ist nur schweineschwer. Ich bin, ich komm, ich bin immer weiter und... Okay, ich hab's geschafft. Lol. WTF? Ich hab's geschafft, aber ich bin jetzt wieder hier gespawnt, Lukas. Ja, du bist auch gelaufen worden gespawnt. Hä, wie? Ja, du weißt? Ja, das ist schon richtig. Ja, ich dachte, wir müssen auf einer Plattform. Nein, nein. Okay. Alles klar. Also war das nicht das Ziel, oder was? Nein, das ist ja nicht das Ziel. Hab ich gesagt, dass das das Ziel ist? Boah! Wie ist die Minecraft-User gefangen hier, in so Löchern? Freaky! Ach so, das heißt, wir müssen... Aber hier geht's auch raus. Hier ist eine Höhle. Nein, in der Nähe von uns im Spawn ist eine Höhle. Ich hoffe, die ist es verabsichtigt, wenn ich da jetzt runtergehe. Weil das auch nämlich gar nichts ausgeleuchtet. Hä, wo hast du eine Höhle gefunden? Wie sich die Hälfte... Hä, wo müssen wir hin? Ich seh nix. Wo hast'n du die Höhle gefunden? Die arme Sau hat sich im Boden festgebackt. Max, wo bist'n du? Max? Hört mich hier irgendjemand? Mhm. Was ist mit Max los? Ah, na, und der ist weg. Na, super. Ja, lol, finde ich auch ne ziemlich gute... Dinger. Ich find' hier nichts. Hä, ich find' hier nichts. Ey, diese Villager-Nerven vielleicht. Schaff' die Brüllen-Challenge. Hab' ich Brüllen? Hab' ich Brüllen. Ich würd' schon. Ja, super. Wenn man die einmal geschafft hat, kommt man auch nicht weiter. Also Max ist irgendwie gerade mit seinen Dingern weg. Was hab' ich mich denn jetzt gerade ge... Boah, du hast' das raffiniert gemacht. Man muss erst die Brüllen-Challenge schaffen und dann wird man von woanders geportet. Wie kann das sein? Nee. Super, Max ist tot. Also diese Villager, ne? Hab' ich ne Ahnung, wo ich hin muss? In jedem Dorf existiert ein Spawn Point. Wo bist du denn? Wie bin ich jetzt in einem anderen Dorf? Und wieso bin ich jetzt schon wieder neu gespawnt worden? Ich versteh's nicht. Ich mach's nochmal die Brüllen-Challenge. Huch, ne andere Challenge. Ja, und deswegen sag' ich... Ich hab's geschafft! Ich bin draußen. Zusammen mit DC Minecraft News. Ja, dann zusammen. Ja, genau zeitgleich haben wir's geschafft. Genau zeitgleich? Ja, wir sind zeitgleich hier gespawnt. Nice, ihr seid Game-Mode, nur so, ne? Ja, ich weiß, ich wollte dich schon runterschmeißen. Also. Ja. Das ist jetzt ein bisschen kacke, aber ihr müsst auf eure Team-Partner halt warten, ne? Ja, super, mein Team-Partner ist draus. Es hat gehießen, wer's als erstes schafft. Äh, nein. Team, haben wir vorher gesagt. Echt? Na, scheiße. Also mein Team-Kollege ist gerade tot. Ich kann die Challenge auch nochmal machen. Ja, okay. Ach, jetzt, jetzt check ich das erst. Du hast, du hast zwei Städte gemacht. Und ist ja raffiniert. Boah, das hättest du noch viel mieser machen können. Da hättest du auch hingehen können. Und, äh, zum Beispiel, dass man dann in bestimmte Häuser reinkommt und es dann detektet wird, und man dann teleportiert wird, zum Beispiel. Oder so ein Kram. Man muss ja dran denken, dass das nur 10 Minuten gehen soll, oder 15. Ja, naja, also gewinnen werden wir auf jeden Fall nicht, weil DC-Minecraft-News hat seinen Kollegen noch da, und er weiß, wo man hin muss. Hm. Und mein Team-Kollege ist nicht mehr erreichbar. Das ist ja sogar 1 zu 1 dieselbe Stadt. Ja, okay. Boah, das ist ja noch mieser. Dämm, dääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää Oh je, wir werden verlieren, Riggs wird gewinnen, weil der ist jetzt schon in der zweiten Challenge drin und hat es gleich durch. Ja und Max ist tot. Ich finde das echt unfair. Da können wir ja nichts für, wenn er jetzt hier Internetprobleme hat. Ja klar. Was soll ich machen? Jetzt sagen, nee du flitzt nicht mehr. Alter. Oh hallo Max. Ja toll, weil ich hatte gerade massivste Probleme. Ich, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie ging auf einmal mein Ton nicht mehr. Also ich, also in Team, äh hier in Teamsbrück, ich auch noch, also Aufnahme ging irgendwie noch. Aber ich habe mich ja nicht mehr gehört. Ähm und dann hatte ich ein Blue Screen und dann ist alles abgestürzt. Das heißt die Aufnahme ist bei mir nicht. Ja, aber ich habe übrigens gewonnen. Also, ja. Ja, also er kam zeitgleich mit, äh, hier DC. Ganz genau zeitgleich. Ja, wir waren wahrscheinlich zusammen am Fliegen und da die ja generell die nächsten, äh, nächsten teleportieren. Ja. Okay. Das heißt für euch ist alles gut gelaufen eigentlich, oder? Ja. Da ist aber das Team gewinnt, ja. Das ist ja das Problem. Ja, aber wenn mein Teamkollege Probleme bekommen. Ja, ich weiß nicht, der müsste mit den anderen reden, dann sage ich nichts. Ne, äh, entweder machen wir es so, du sagst mir jetzt einfach, wo ich hin muss, weil ich bin gerade wieder am joinen. Wir sind alle schon fertig, ne? Ja. Es ist vorbei. Ja, okay. Das heißt jetzt, also warte mal, warte mal, ähm, im Endeffekt würden wir nur gewinnen, wenn ich jetzt auch da drin wäre, oder was? Ja, ist schon Ende. Das ist schon Ende. Also hat es Geld, also hat es Geld gewonnen, oder bin ich jetzt echt? Weiß ich nicht, das müssen wir jetzt klären. Okay, warte mal, ich zieh sie mal kurz hoch. Moin. Das stimmt. Ja. Hallo. Ja, was ist jetzt? Haben wir gewonnen, oder was? Ja, rein theoretisch hatte die hier gewonnen, aber das Problem ist, Max ist die ganze Zeit weg gewesen und seine Ausnahme ist irgendwie... Ja, das ist halt sein Problem. Ja, aber das akzeptiere ich so nicht, das ist mein Problem. Ja, das war trotzdem im zweiten Platz. Bei Flo ist auch noch nicht da und weil Max nicht da ist, gewinnt die hier den zweiten Platz. Also folgendes, äh, ich hatte, äh, ich hatte, ich hatte ein Blue Screen gerade, ja. Ich, ich, ich konnte also nichts dafür. Ja, das ist schade, aber das ist dann halt schade. Ja, wir können, wir können, ja, wir können jetzt ja, also die Challenge können wir ja eh nicht normal machen, weil ich meine, es haben jetzt ja alles schon fast geschafft und kennen jetzt ja alle. Und ich nehme immer noch auf und ein sich würde ich das so, wie es ist, jetzt immer noch, äh, nehmen, auch wenn jetzt einer... Ja, machen wir ja auch. Nehmen wir, dann machen wir es so. Wir karten das jetzt schön zusammen. Also wer hat jetzt gewonnen, haben wir jetzt gewonnen, Freakster und ich? Ja. Ja. Eigentlich schon, ja. Weil ihr als Team zuerst da wart. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Finde ich super. Ja, gut, dann sind wir einfach Zweiter, wir hauen irgendwann in den nächsten Challenges weg. Das denke ich auch. Okay, da sage ich kurz die Punkte ein. Wunderbar, wunderbar. Dann, äh, war es das jetzt von dem zweiten, ähm, ja, ganz genau. Anweskalendertag, auch immer. Und auch, weil ich euch gerade nicht alle sehe, sehen wir uns doch zumindest in der nächsten Runde wieder. Ja. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.